Natürlich habe ich rückengedirbt. Wer denn auch sonst? Und zwar liegt es nicht am Strom, sondern einfach daran, dass ich hellgraue Farbe genommen habe, anstatt graue Farbe. Und dann kann es natürlich nicht gehen. Nun denn, also es funktioniert alles ganz wunderbar. Kazam! Und Strom verbrauchen tut es auch nur sehr, sehr wenig. Also von daher, alles mein Fehler. Oh, das war doof. Oh, wie kann ich sein Koppels da auch nicht hält? So, Platz in der Handbraue hier. Auf! So, weitermachen. Das, 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 das und das. Ganz, nein, ganz. Wow. Erst zurück. Das, das, äh, das, das und das. Hatte ich doch einen Button jetzt? Oder habe ich den verloren? Habe ich genug? Es sind doch vier, ne? Vier. Stop it! Ähm, vier. Ja, okay. Okay. Also, dann basteln wir mal. Nein, dann basteln wir mal. Und zwar, äh, äh, actuelli... Triple Speed. Äh, vier Sugar noch. Habe ich noch zufällig Sugar Cains? Hier rumfliegen ich glaube nicht. Wo habe ich ihn hingetan? Habe ich den nicht unten angebaut? Ich habe den unten angebaut. Ja, habe ich. Was hat denn unsere Baumfarmen dazu? Oha. Was ist denn hier passiert? Fräulein. Du hast kein Inventarsitz mehr, nehme ich an. Oh ja. Können wir jetzt mal... Ah, sorry. Können wir jetzt mal hier dem Ding sagen? Du sollst, äh... Außenkarten in... In... Inventory. Les. Los, fahr. Hast du das zu tun? Ja. Das ist mit dem Mudcutter. Sehr gut. Äh, Sugar Cain. Sugar, Sugar... Okay. Und man schwimmt es rein. Ich will wissen nur, ob er hier alles auch absetzt oder... Und eins flottern tut? Komm's an. Klappt, ja gut. Na komm. Ich kann's nicht schieben. Ah. Nun gut. So, weiter machen, was er will. Ist mir eigentlich nicht wurscht. Und wir gehen weiter machen hier. Ich finde, ich meine 5x5 Upgrade ist bestimmt mega gut. Mega. So. Schwüpp. Dann kann... Hoppala. Das raus und das dafür rein. Wunderbar. Ähm... Ah, stimmt. Speed. Ähm... 5x... Äh... Dafür brauche ich Diamanten. 4 Stück. 4 Diamanten und davon 4. Habe ich so viel Diamanten, dass ich noch einen Block bauen könnte? Ja, das habe ich sogar. Uh, krass. Das gefällt mir. Ich brauche dringend Platz hier. Ich habe mich gerade noch... Ich habe... Genau. Wichtig zu wissen hier, aber in der Zwischenzeit habe ich für die Thermal Expansion Sachen, Thermal Expansion, Upgrades gebastelt. Denn natürlich kann man die Dynamos auch upgraden. Und zwar einmal, ähm, für alle Hardened Upgrades und zwei Reinforced Upgrades. Ähm, damit die mehr Strom produzieren. Hier, zweimal Reinforced ergibt 80 F pro Tick und du hast sogar schon 60 F. Grund war ja, glaube ich, 40 und es macht einmal 20 drauf. Das ist ziemlich gut. Und das schon ohne Augment. Also, die reine... Das reine Upgrade. Das ist echt geil. So, ähm... Okay, das kann erstmal weg. Dann brauche ich nochmal das Diamond Tide Empowerment. Dafür brauche ich aber erstmal einen Diamond Tide Block. Ähm, was mich auch interessieren würde, wäre Fortune. Fortune, Fortune, Fortune. Fortune Upgrade. Fortuna 2 ist sehr teuer gekommen, was ich leiste, aber... Das wäre ein Empower Diamond Tide Crystal Block. Die kann ich als Block Upgrade... äh, abdingseln. Sollte ich vielleicht mal tun. Dann kann ich mir auf jeden Fall einiges sparen. Mhh... Aber ich glaube, Fortune 1 lohnt sich nicht. Deswegen würde ich erstmal auf die 5 gehen. Dafür kann ich aber trotzdem das Ding komplett machen. Weil ich nämlich ja sicherlich auch den Block auseinandernehmen kann. Mhh... Korrekte? Mhh... Korrekte. Okay, dann können wir uns da auf jeden Fall was sparen. Muss ja eh irgendwie alles... Ach, genau. Das können wir doch mit dem Eisen machen, ich Idiot. Natürlich, natürlich, natürlich. Macht Sinn. Ah... Mhh... Ah... Hahaha... Schön. Das machen wir doch eben schnell. Und dann kann ich mich nämlich zur nächsten Folge schon mal wieder darum kümmern, ein bisschen mehr Gedöns zu bekommen. Okay. Und da kann man mich schon mal richtig groß loslegen unten, ähm, oder in der, in der, in der Mining World ein bisschen zu farmen. Da kann ich so einiges Zeugs hier rausholen gehen. Und so. Also ich brauche erstmal einen Elbuton. Dich brauche ich. So. Also, äh, du zuerst. Schneeball, graue Farbe, ähm, Button und ein Cobblestone. Sehr geil. Habe ich Clay dabei? Mhh... Ja. Das war natürlich jetzt, äh, neunmal so viel Strom, nehme ich an. Aber es reicht immer noch aus, die Dinge sind alle voll. So, das, 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 das und... Hellblau Farbe war das? Ja, ne? Light Blue. Wo war das denn? Hatt' ich noch Light Blue? Hatt' ich? Hatt' ich überhaupt Light... Ja, ich hatte... Hatt' ich. Aber... Wo ist denn das Zeug? Ähm... Light Blue, ja. Mhm, mhm, mhm. Ich hab's grad nachts draußen. Ich muss mal kurz... Einmal drüber schlafen. Sehr schön. Gehen wir mal in diese Richtung. Mal gucken, was es hier so gibt an, äh, bunten Pflanzen. Ach ja, genau. Und das können wir mal eben kurz dann abchecken. Okay. Gott. Wunderbar. Du bist schwarze Farbe. Schwarz, orange, grün. Du bist was anderes. Skelett. Hey. Das daaas. No, thank you, sir. Purple. Noch ein Purple. Äh, ich brauche... Blau. 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 Hm. Ganz viel Gelb. Äh, das ist sowieso Canola. Gar keine Farbe. Auch wenn's so aussieht. Das ist trotzdem gelb. Das ist grau. Das ist schwarz. Rot. Immer noch nicht? Das ist unhöflich. Sehr unhöflich. Das ist pink. Braun. Mein Gott. Da seh ich ne blaue Farbe. Oh, komm, ich komme. Aus dem Weg, Scheinchen. Aus dem Weg. Ich brauche blau. Das ist kein Blau. Aber das ist blau. Und das da vorne ist auch blau. Jawoll. Alles meins. Nach Hause. Au. Unhöflich. So. Blue. Ochite. Ochita. Demzeit. Boom. 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 Bang. 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 Ja. So. Machen wir hin. Was brauche ich denn dafür für das 5-fach Upgrade? Nur das und das. Genau. Das brauche ich noch. Habe ich noch? Schwarzen Quarz. Kann ich machen. Mhm. So. Dann. Gold. Das ist Elektrum. Hilft mir auch nicht. Aber das hilft mir. So. 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 Ja. 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 Okay. Boom. Boom. Oh nein. Ernsthaft? Oh scheiße. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh Mist. Kann man die entpowern? Kann man nicht. Ich muss nur Diamanten finden. Nein. Okay. Ich brauche Diamanten für das 5-Upgrade. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020